Willkommen bei Honex! Ihr werdet nirgendwo anders mehr arbeiten oder was anderes machen. Nie wieder! Also wollen Sie uns zu Tode schuften lassen? Wir wollen's versuchen? Ich gehe raus. Raus? Wohin raus? Raus aus dem Bienenstock! Halt, der Zugang zum Flugdeck ist für dich verboten. Schon gut, Lo. Wir nehmen ihn mit raus. Na dann mal los! Wow! Seht nur, wie viel Platz hier ist! Drachen! Und alles voller Blumen! Hey, komm mal runter! Ich glaube, das sind keine Blumen. Sagen wir sie? Nein! Ich glaube, er weiß es. Help me! Hi! Tut mir wirklich leid. Du kannst ja sprechen. Wo hast du das gelernt? Ich weiß nicht. Mama, Papa, Honig? Da schnappt man's auf. Bitch! Wow! Wow! Du! Bleib einfach still sitzen! Du bist nicht tot? Ich fahre nach Alaska. Ich bin auf dem Weg nach Tacoma. Was ist mit dir? Der ist tatsächlich tot. Alles klar. B-Movie, das Honig-Komplott. Au! Was war das denn? Vielleicht diesmal! 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 Dies! 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 Ah! Diesmal! Vielen Dank.